Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIV und es wird wahrscheinlich in dieser Aufnahme ein klein wenig stocken. Das hat damit zu tun, dass ich runden Terabyte Videos von einer Festplatte auf die andere schaufel, weil ihr sicherlich gemerkt habt, dass in der letzten Folge ein klein wenig was schief gegangen ist. Ich habe nämlich während der Aufnahme gerade am Ende der Instanz die Nachricht bekommen, oh hoppla, Festplatte voll. Und das ist selten, wenn ich bedenke, dass mein Computer 7,5 Terabyte zur Verfügung hat. Also, okay, lange Rede kurzer Sinn, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, mit dem Reden mit Alphino. Die anderen sind schon mit Backlook in Richtung Crystarium aufgebrochen. Ich weiß nicht viel über die Nomo, schließlich haben Alizé und ich während unseres Ausflugs nach Ilmec bei den neckischen Pixies auf euch warten müssen, aber die Informationen, die Oriangé mir über sie gegeben hat, haben sich wie immer als nützlich erwiesen. Zumindest haben wir seine Neugier geweckt und ihn bei seiner Händlerehre gepackt. Hoffentlich können wir ihn auch dazu überreden und sein Wissen zu überlassen. Yay, Quest abgeschlossen. Ähm, okay, das ist uns klar, dass wir das können. Ähm, genau, weiter geht es. Lass uns den anderen nach Crystarium folgen. Der Crystallixer, ich möchte Backlook im Okular die Einzelheiten unseres Problems erklären. Jawoll. Das Coole ist, auf Stufe 80, beziehungsweise jetzt, sind die Quests relativ flott gemacht, weil, äh, wir hier nämlich jetzt relativ lustig, ähm, ja, weil wir jetzt eh hauptsächlich nur Laufquests bekommen. Square Enix hat sich irgendwann mal gesagt, ey, pass mal auf, ähm, die Leute wollen einfach nicht ein und dieselben Mobs klatschen, also drücken wir den lieber ein bisschen Story entgegen und, ja, dementsprechend, ähm, geht es hier sozusagen relativ flott weiter für uns. Ja, ich möchte bitte mit dem Crystallixerchen sprechen. Natürlich, was ist das für eine Frage? Wenn ich die schon anspreche, dann wird das vermutlich damit zu tun haben. Ja, ich möchte mit dem Crystallixerchen sprechen. Wie kann das sein? Ist das die wirklich wahre Wahrheit? 13 Splitterwelten wurden aus dem Ursprung geschlagen. Durch sieben Katastrophen wurden sieben davon wieder mit ihm vereint. Das ist die Wahrheit. Und ich leiste jeden Schwur darauf, den du von mir verlangst. Doch zweifelst du denn überhaupt daran? Unsere Seelen unterscheiden sich von denen dieser Welt. Das sollte dir, der sich sein Leben lang mit dieser Materie beschäftigt hat, doch längst aufgefallen sein. In der Tat, der Unterschied drängt sich nicht auf, aber wenn man genau hinsieht, erkennt man es. Eure Seelen sind anders, fester. Und eure Körper sind von geisterhafter Präsenz. Besonders sie. Ihre Seele ist intensiver. Und ihr Körper ist der echte. Kein flüchtiger Ersatz. Ich möchte noch einmal betonen, wie viel wir unseren Besuchern zu verdanken haben. Ohne sie würden wir immer noch unter dem ewigen Licht und dem Joch der Sündenvertilger leiden. Wir sind es ihnen schuldig, sie sicher in ihre Heimat zurückzuschicken. Doch dafür benötigen wir deine Hilfe. Ich habe euch zugehört, wie ihr es wolltet. Doch eine Gegenleistung dafür will ich nicht fordern. Was ich gelernt habe, ist schon eine lohnende Belohnung. Im Gegenteil, ich bin etwas schuldig. Dafür, dass wir das düstere Dunkel des Himmels zurückerhalten haben. Das heißt, du wirst uns helfen. Ja, es wird mir eine Ehre sein, mein Wissen mit den redlich reinen Rettern dieser Welt zu teilen. Ich sagte mein Wissen, die Forschung und die Rituale, aber ich fürchte, dass ich dafür ein bisschen zu alt bin. Kann ich mich da auf euch verlassen? Selbstverständlich. Schließlich wollen wir unser Geister-Dasein so schnell wie möglich beenden. Sag nur, was wir tun sollen und wir werden es im Handumdrehen erledigen. Na ist das nicht herrlich. Wir haben einen neuen Freund hinzugewonnen, der scheinbar sehr viel Plan hat von dem, was wir hier vorhaben. Gut, ich habe verstanden, was ihr von mir wollt. Ich habe dir euch auch schon Gedanken gemacht, wie das Problem zu lösen ist. Ja, wir treten denen so in den Po, dass die einfach durch die Dimensionen fliegen. Das sollte man mal ausprobieren. Ihr wollt die Seele in sonderlich speziellen, kristallenweißen Aura-Ziten in eurer Heimatwelt mitnehmen? Per Hand sozusagen. Keine schlechte Idee. Ein Problem gibt es. Eure Seelen haben sich inzwischen so weit verfestigt, dass sie äußerlich nicht mehr von normalgewöhnlichen Körpern zu unterscheiden sind. Auch wenn ihr eigentlich nur geisterhafte Präsenzen seid, befürchte ich, dass sich eure Abbilder in dieser festen Form gar nicht oder zumindest nicht lange einsperren lassen. Heißt das umgekehrt, dass sich unsere Seelen sicher transportieren lassen, wenn man sie dementsprechend schwächt? Na, langsam kommt der Po tritt. Hm, das würde ich doch vermuten. Allerdings lassen sich Seelen nicht einfach so schwächen und stärken, wie es einem beliebt. Sie sind schließlich keine Herdflammen, sondern eher wie ein zart-zärtliches Kerzenlicht. Eine schwache Seele? Wie muss man sich das vorstellen? In der jetzigen verfestigten Form ziehen eure Seelen instinktiv Äther aus der Umgebung, um sich zu festigen. Dieser überschüssige Äther muss ihnen entzogen werden. Dann werden die Abbilder eurer Seelen als leer leblose Hüllen zurückbleiben und sich allmählich wieder verflüchtigen. Leblose Hüllen, da muss ich an die armen Patienten aus der Ruhestadt vor der langen Reise denken und an Halldrick, äh Halldrick. Hm, ein klarkluger Gedanke. Die Verwandlung in Sündenvertilger ist ein passendes Beispiel für die Schwächung der Seelen, die mir vorschwebt, aber... Ich muss mich zuerst gründlich gewissenhaft vergewissern. Könntest du mich zu jemandem bringen, der sich noch nicht verwandelt hat? Ja. Was hast du vor? Ich möchte mich noch nicht festlegen, aber ich glaube, dass die Symptome der sich Verwandelnden es wert sind, näher untersucht zu werden. Ich werde natürlich alles tun, um dir zu helfen, aber versprich mir, dass du nichts tust, was den Patienten schaden könnte. Du kannst mir vertrauen. Ich habe höchst hohen Respekt vor dem Leid derer, die den Ungetümen des Lichts zum Opfer gefallen sind. Zu viele Besucher würden nur unnötige Aufregung in der Ruhestadt verursachen. Ich werde deshalb Auréanger einen Besuch abstatten. Vielleicht kann ich ihm dabei helfen, die weißen Auraziten herzustellen. Ich glaube, ich schließe mich an. Ihr findet den Weg zur Ruhestadt ja sicher allein. Dann ist es also entschieden. Wir begleiten Bekluk zur Ruhestadt vor der langen Reise. Wollen wir sofort aufbrechen? Was für eine Frage. Natürlich! Da geht ja nichts drum rum. By the way, man muss mal eben kurz festhalten, eine Verwandlung ist dann nicht unbedingt notwendig. Ich meine, denk doch mal an die Krieger der Dunkelheit, die, die aus der ersten Splitterwelt in den Ursprung gekommen sind, die Krieger der Dunkelheit. Also die Welt, die wir jetzt gerettet haben, retten wollten, bevor wir sie gerettet haben, so Richtung Ende von Heavensward, die haben sich selber geopfert. Und ich glaube, so etwas in die Richtung müssten wir hier quasi wieder versuchen. Im Grunde brauchen wir Elidibus. Wir brauchen Elidibus, um die Leute zurückzubringen. Weil er hat doch die Krieger der Dunkelheit in den Ursprung gebracht. Frag doch mal lieber den duften Typ, der hat den Plan. Oder ich bleib beim Arschtritt, bis der so kräftig ist, dass man damit durch die Missionen reißt. Das ist also heilig. Tatsächlich, San Eta ist deftig heftig in Richtung des Lichtes verzerrt. Das Element des Stillstands. Im Ursprung besagt die magische Theorie genau das Gegenteil. Aber Auranger hat mir erklärt, wie sich Licht und Schattenpol hier manifestieren. Das Licht repräsentiert den Stillstand. So ist es. Kontakt mit einem Sündenvertilger bringt den Eta-Kreislauf zum Stillstand. Die Lebenskraft schwindet und der Betroffene verwandelt sich. Aber Duft hat doch das Licht vertrieben. Warum wurde dadurch nicht auch die Balance im Eta der Patienten wiederhergestellt, wenn wir das wüssten? Ich möchte mal etwas ausprobieren. Ich habe während meiner Forschung eine Arznei entwickelt. Ich würde sie gerne Patienten verabreichen, die sich in verschiedenen Stadien der monströs fürchterlichen Verwandlung befinden. Eine Arznei? Sie bewirkt eine vorübergehende Vitalisierung des körperlichen Äthers. Ähm, körpereigenen Äthers. Ich habe sie entwickelt, um die Lebenskraft der Ritter von Wöbord zu steigern. Mit Erfolg. Doch dann kam der boshaft böse Hofmagier und missbrauchte die Arznei für seine unheilvollen Studien. Ich war wutentbrannt, wütend und schwor, die Arznei nie wiederherzustellen. Aber jetzt ist es an der Zeit, den Schwur zu brechen. Wenn sie den Zustand der Betroffenen etwas bessern kann, ist es ein Versuch wert. Das klingt doch tatsächlich ziemlich gut. Reden wir doch mal mit den ganzen Betroffenen hier. Äh, hier, trink dies. Hm. Tja, die Arznei scheint nicht anzuschlagen. Tot und Start weiter ausdruckslos vor sich. Nee. Was ist mit dir? Es ist... Ich fühle mich plötzlich so warm. Aha. Hier wurde ein positiver Effekt erzielt. Kann ich mich hier irgendwo reparieren? Mir fällt nämlich ein, dass ich mich mal echt wieder reparieren sollte. Ah, die Wärme tut gut. Ich kann meine Hände und Beine wieder spüren. Naja, es macht wohl einen Unterschied, wem man das Zeug in die Hand drückt. Sehr, sehr interessant. Sehr fasziniert. Und, hat meine Arznei gewirkt? Ein paar der Patienten haben gesagt, dass sie eine Wärme spüren und sich besser bewegen können. Für sie bewirkt der Trank also eine echte Besserung. Doch leider wirkt das Mittel nicht bei allen. Besonders solche mit schweren Symptomen haben keine Veränderung gezeigt. Hm. Hm, 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 dachte ich es mir doch. Jetzt, da das stets ständige Licht beseitigt ist, beginnt der Ätherkreislauf, sich langsam wieder in Bewegung zu setzen. Die Selbstheilungskräfte des Körpers setzen ein. Doch neben der körperlichen Komponente des Äthers gibt es noch eine zweite, eine mentale. Hm. Hm, die Arznei stärkt die Lebenskraft und somit den körperlichen Äther. Also spüren die Patienten, die sich noch in einem frühen Stadium befinden, eine Verbesserung. Aber die, die ihre mentale Komponente bereits in Mittelschein, äh, Leidenschaft gezogen wurde, verspüren keine Besserung. So muss das sein, zweifellos sicher. Bei, bei dem Jungen wird die Arznei nicht wirken. Seine mentale Ätherkomponente, die Seele, ist bereits sehr geschwächt. Gut möglich, dass die Selbstheilungskräfte tüchtig tätig am Werk sind, aber sie reichen nicht aus, um sein Bewusstsein zurückzubringen. Zumindest nicht in den nächsten, sagen wir mal, 50 oder 60 Sommern. Bis dahin ist er ja ein alter Mann. Das ist, das ist weniger schlimm, als sich in einen Sündenvertilger zu verwandeln, aber nicht viel besser. Irgendwie müssen wir ihm doch noch helfen können. Ich kann einfach nicht wahrhaben, dass es keinen anderen Weg gibt. Ich weiß, dass wir eigentlich nicht hier sind, um die Patienten zu heilen, aber es muss doch etwas geben, das wir für sie tun können. Vielleicht gibt es einen Weg. Ein Weg, der die Heilung beschleunigt und auf dem eure Seelen wieder nach Hause finden. Ja, ich bin da mal gespannt. Was ist dieser Weg? Ich will ihn jetzt wissen. Sag ihn uns, kleines Frettchen. In fernfrüher Zeit, als ich meine magische Talente in den Dienst des Königs Wirburt stellte, entwickelte ich einen Stärkungszauber, welcher den körperlichen Äther beleben sollte. Aus ihnen machte ich die Arznei, die ihr eben den Patienten verabreicht habt. Ohne sie hätte dieser boshaft böse Hofmagier niemals ein schändlich lästerliches Verbrechen. Wie oft habe ich es bereut. Wie oft habe ich an diese traurigen Tage gedacht. Aber nein, keinen Gedanken will ich jetzt an diese traurig-tragische Tragödie verschwenden. Aber wie man mich betrogen hat. Das ist es nicht, ähm, das ist es, dass ich es nicht gemerkt habe. Schmerz und Schande lassen schwer auf mir. Hey, richt den Blick in die Zukunft nicht in die Vergangenheit, Dude. Außerdem habe ich eine Mütze auf. Du hast recht. Ich sollte die Vergangenheit ruhen lassen und mich auf die Aufgaben konzentrieren, die vor uns liegen. Nun ja, während meiner Forschung stieß ich aber nicht nur auf einen Stärkungszauber für die körperliche Komponente des Äthers, sondern auch auf einen, der die mentale Seite stärkt. Damit können Hallerik und die anderen Patienten geheilt werden? Jetzt, da die Welt nicht mehr von den nicht endenden, blendenden Licht bedeckt ist, könnte die Heilung gelingen. Aber der mentale Stärkungszauber erfordert ein besonderes Ritual. Zuerst muss ein magisches Helferlein ins Leben gerufen werden, welches dann mit Magie gefüttert wird. Diese kann dann in den Zauber verwandelt werden. Erklär mir genau, was ich zu tun habe. Ich will es versuchen. Wenn wir Zutaten benötigen, werde ich sie besorgen. Egal wie sehr das Ritual an den Kräften zehrt, ich werde es durchführen. Hauptsache die Patienten erhalten ihr altes Leben zurück. Also gut, ich werde euch alles beibringen, was ich weiß. Als Helferlein eignet sich ein magisches Geschöpf, das die Zauberer der Nomu mit Vorliebe erschaffen, besonders gut. Die Quixi. Die Zutaten sind denkbar einfach etwas Wasser und etwas Lehm. Nur von einer gewissen Reinheit müssen sie sein. Außerdem eine sogenannte Fänenlaterne, welche mit der magischen Magie der Pixies angereichert ist. Und mit diesen Zutaten können wir die Seelen der Patienten heilen? Alfino, zusammen werden wir es bestimmt schaffen, den Pixies das abzuschwatzen. Meinst du nicht auch? Du meinst die Fänenlaterne? Wie willst du das denn anstellen? Die Pixies haben doch einen Narren an uns gefressen. Wenn wir ihnen einen Besuch abstatten und ein bisschen mit ihnen spielen, geben sie uns sicher, was wir wollen. Hm. Gut, dann lass uns nach Ilmec aufbrechen. Ich bin zwar nicht besonders erpicht auf ihre Streicher, aber ich verstehe natürlich, wie wichtig dir die Sache ist. Niemand ist erpicht darauf, mit den schämisch-neckischen Pixies zu handeln. Ich bewundere eure entschlossene Entschlossenheit. Wenn ihr schon Ilmec seid, würdet ihr dann bitte etwas Wunderwasser der Süßlichkeit mitbringen. Wir werden es mit dem Lehm vermischen. Eine Flasche sollte reichen. Ihr bekommt es in Pla-Any. Wird erledigt. Eine Fänenlaterne und eine Flasche Wunderwasser der Süßlichkeit. Wir werden dich nicht enttäuschen. Und was ist meine Aufgabe? Dann bleibt nur noch der Lehm. Dürfte ich dich vielleicht bitten, ihn zu besorgen? Ich habe zart zierliche Pfoten und kann unmöglich selber welchen ausgraben. Aha. Okay. Wir müssen irgendwelche Golems prügeln und die dürfen mit dem Pixie spielen. Natürlich. Wie ich schon sagte, muss der Lehm von einer gewissen Qualität sein. Hast du vielleicht Bekannte in Amarenk, die sich mit der Beschaffenheit der Böden auskennen? Ähm. In Fontenschlag kenne ich erfahrene Mienarbeiter. Das trifft sich ja vortrefflich. Lass dir von Mienarbeitern zeigen, wo du eine reichlich reichhaltige Lehmschicht findest und bring etwas gut verformbaren Lehm mit. Ich werde in der Ruhestadt bleiben und die Patienten untersuchen. Je mehr ich über den Zustand ihrer Seelen weiß, desto besser. Also viel Erfolg. Na, das klingt doch gut. Ähm. Oh, und. Akkurat. Wir müssen auch gar nicht weit reisen. Das freut mich umso mehr. Umso mehr, mehr, mehr. So. Da haben wir Magnus. Den alten Haudegen. Endlich mal trocken, was? Sieh mal eine Art Luft. Was für ein schöner Besuch. Er nüchtert noch aus. Sorry. Und gut sieht sie aus. Hier gibt es auch keinen Grund für Klagen. Wir haben die Bergbahn und die Talui wieder in Schuss gebracht. Alles läuft einwandfrei. Der Nachwuchs war fleißig und hat gute Arbeit geleistet. Ich könnte nicht zufriedener sein. Es hat natürlich geholfen, dass der gute Scheinlus uns Werkzeuge und Materialien der Dedaalus-Steinauerei überlassen hat. Damit konnten wir die Reparatur nur abschließen. Scheinlus ist wirklich nett. Er hat sich meinen Plan, eine Riesenbergbahn zu bauen, die der Riesenthalos-Team konnte, ganz genau angehört. Du solltest dir das auch mal anhören. Ich glaube, wir könnten damit den ganzen Kontinent verbinden. Der Hauptbahnhof wäre am Gull und... Jarek, nun fallen nicht auch... Ähm, fallen nicht auch duftem mit deinen fragwürdigen Träumen auf den Wecker. Siehst du nicht, dass sie etwas auf dem Herzen hat? Richtig. Wir haben genug über uns gesprochen. Sag, was können wir für dich tun, dufte? Als allererstes wäre ein Mentos ganz gut. Also nicht für mich, sondern für den. Gut formbare Leben suchst du also? Das sollten wir dir weiterhelfen können. Auch wenn wir uns gern selbst als Bergbahnexperten bezeichnen, waren wir allemal Minenarbeiter. Wir kennen die Erde und Gesteinschichten und wir wissen auch, wo man erstklassigen Lehm findet. In der Nähe der Biran-Mine befindet sich eine Stelle, an der wir früher Lehm für Ziegelsteine abgebaut haben. Du wirst nicht tief wühlen müssen. Die Lehm-Schicht liegt frei an der Oberfläche. Aber sei auf der Hut, denn die Gegend ist nicht sicher. Da treiben sich allerlei Ungeheuer rum. Endlich mal nette Hinweise. Mit denen komme ich klar. Da fliegen wir doch glatt mal hin. Wo ist denn das überhaupt? Ach, Mensch, da oben. Das Gute ist, dass wir überhaupt fliegen können. Ich bin sehr erleichtert. Das bedeutet nämlich, dass ich einfach nur W drücke und nebenbei ein bisschen von meinem Eistee schlürfe. Ausgezeichnet. So. Gestärkt sind wir auch schon am Ziel angekommen. Mehr oder weniger. Wir müssen auch hier nochmal zur Seite schwenken. Und dann hier unten. Oh, guck mal. Hier ist schon ein Zielort. Hallöchen. Interagieren wir. Gut geformt. Gucken wir nochmal ein bisschen links und rechts. Nicht, dass wir hier irgendwo irgendwas übersehen oder so. Na? Aha. Da ist noch was. Blöde Ziege. Was ist das für eine Ziege? Die sieht aus, als wäre die auf Steroide. War die schon immer so? Hatten wir die schon mal besiegt? Haben wir schon mal gegen diese Viecher gekämpft? Bestimmt. Aber meine Güte. Nimm mal weniger von dem, was du nimmst. Ich will diese Wolle nicht. Das stoppt mein Inventar nervig voll. Einstreuender Koyote. Bonk. So, damit haben wir zumindest schon mal den zweiten Flumpen. Jetzt brauchen wir nur noch einen dritten. Dann muss alles gut. So, ah, perfekt. Da ist ja auch schon einer. Schnapp. Wunderbar. Ähm, wo müssen wir hin? Ah, wir müssen jetzt direkt wieder zur Ruhe. Perfect. Jo. Und. Da brummen wir auch schon los. Ach, Alize und Alifino sind auch wieder da. Das ist doch schön. Ich weiß nicht, was die heldenhaftere Heldentat ist. Der Welt der Dunkelheit zurückzubringen oder die Pixies zu zähmen. Deine Freunde haben alles bekommen, worum ich sie gebeten habe. Und du? Hast du den Lehm, äh, den richtigen Lehm bekommen? Ja. Da. Such dir das Richtige aus. Formbar weich ist er. Bleibt nur noch, ihn mit dem Wunderwasser der Süßlichkeit und ein paar anderen Zutaten zu mischen. Und mit der Fänenlaterne zu erhitzen. Weiser Begluck. Kann eigentlich jeder so einen Stärkungszauber wirken? Jeder, der über genügend zauberhaft magisches Potential verfügt. Ich nehme an, du willst es versuchen, liebes Mädchen. Ich habe mir geschworen, alles zu versuchen, um Heirik und die vielen anderen von dem Fluch zu befreien, den die Sündenvertilger ihnen aufgelegt haben. Wenn ich also etwas tun kann, um zu helfen. Es braucht vor allem einen starken Willen. Je kräftig stärker der Wille, desto potenter wird auch der Zauber. Du scheinst mir genau die Richtige zu sein, um das Ritual durchzuführen. Sind alle einstimmig einverstanden? Natürlich, was sagst du du... Äh, natürlich, was sagst du du... Ähm, Alizee wird doch schon hinbekommen. Wenn nicht Alizee, wer dann? Ich schaffe es bestimmt. Ich schulde es mir selbst. Und ich schulde es Tessleen. Ich werde alles in den Stärkungszauber legen, was ich habe. Das ist... Ähm, dann ist es bestimmt beschlossen. Komm, Alizee, ich werde dir alles erklären. Ich bin mal gespannt, wie das ausgehen würde. Also fangen wir an. Hast du die Zutaten alle kleingerieben und zu einem klumpigen Klumpen vermischt, wie ich es gesagt habe? Gut. Dann forme daraus jetzt ein Schwein. Und niedlich soll es aussehen. Gut. Ich werde es versuchen. Also, Alizee, das soll es sein. Und das soll ein Schwein sein? Kunst war ja noch nie deine Stärke. Aber das... Ich weiß wirklich nicht, was es da zu lachen gibt. Na, auf den kreativ-künstlerischen Ausdruck kommt es nicht so an. Wenn man sich nur irgendwie vorstellen kann, dass dieser unförmige Matzkloß ein Schweinchen sein soll, dann reicht es schon. Also, ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Also gut. Magie ist die Kunst, einem mentalen Bild tatsächliche Form zu geben. Deswegen hängt das Ergebnis stark von der Vorstellungskraft des Wirkenden ab. Wenn er ein klipp und klares Bild in seinem Geiste hat, ist es nicht nötig, auch noch die Augen zu täuschen. Kannst du mir bis hierhin folgen? Dann füttere dein Schweinchen jetzt mit magischer Magie, so wie ich es dir gezeigt habe. Dein Fleisch ist nichts als einfacher Lehm. Deine Flügel nur in meinem Geist bestehen. Doch hör auf meinen Zauberchor. Heb dich empor! Wer sagt's denn? Der Matzkloß fliegt! Damit wäre der magische Helfer ins Leben gerufen. Bitte bringt jetzt den Jungen herbei. Alizé. Jetzt gibt es nur noch eine Sache zu tun, bevor die Quixi Hallericks stillstehende Seele mit dem Stärkungszauber beliebt. Gib deinem Helferlein einen Namen, um seine kernig kräftige Kraft zu wecken. Wie soll ich dich nennen? Wie soll ich dich nennen? Ah, ich weiß. Also los. Hilf uns, Angel. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah, ah. Mutter, ich... ich bin... Ah, der Junge hat gesprochen. Na, wenn das so ist, einmal ein Cut für euch. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.